. . . . . Ich will nicht mehr so sprechen, garla. Ende. Oh, oh. Oh, oh. Damit endst klar ist, garla. Gestern Nacht, das war das letzte Mal. Aus, Ende. Hast du nicht verstanden, garla? Hier spricht das Sekretariat von Bachmüller und Bachmüller. Oh, äh, hallo. Moment, ich, ich muss lieber schnell Gerla rausschicken, ja? Also, wie gesagt, Gerla, gestern Nacht haben Sie bei mir zum letzten Mal, äh, äh, Staub gewischt. Ja, aber könnte ich nicht vielleicht? Nein, liegt nichts da. Adieu, Gerla. Ich bin jetzt wieder ganz ruhig. Pardon, spreche ich mit 2-11-66-66. Genau, nur so, ja. Sie hatten sich bei uns um die Stelle eines Fensterputzers beworben. Ja? Ihr Vorstellungsgespräch ist heute um 16 Uhr. Oh, äh. Tut mir leid, dass ich Sie nicht früher erreichen konnte. Ich kann mich nicht für... Auf Wiederhören. Hallo? War heute 16 Uhr, ja. 16 Uhr. Hallo? Äh. Oh, schon kurz nach 3. Du meinst jetzt wieder hin. Oh, äh. Sieht aus wie eine Stahlbeere. Oh, äh. Ja, was wir schauen. So. Ah. Das werden wir gleich an. So kann ich nicht hin. Moment. Moment. Es ist ein Penner. Hallo. Hallo, Gerda? Gerda? Es ist... Dein letztes Geschenk kannst du dir an den Hut stecken. Gerda? 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 Es ist... Oh, ich peck doch mal. Oh, ich peck doch mal. Äh, ich peck doch mal. Oh, ich peck doch mal. Hey, da kommt einer. Los, jetzt bringen wir es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, äh, Hallo. Von wegen, ja? Nicht mit mir. Diese Lausebänger ist... Mit dem Fahrrad schaffe ich es noch. Jetzt habe ich deinen Schlüssel. Hey, Onkel. Ja, was ist denn? Ich weiß, dir möchte ich einig zu haben. Hier, ich brauche dir mein Fahrrad. Oh, das ist aber sehr nett von dir. Danke. Ich bringe es dir nachher wieder. Du musst die Schlaufe oben rumführen. Das reicht nicht. Ich bringe jetzt... Ich... D-I-D-I-D-I-D-I D-I-D-I-D-I-D-I-D-I Später! Hey, kommen Sie sofort da runter. Ja, gleich. Ich muss nur die Schlaufe hier mal eben schnell rumziehen, ja? Sie kommen sofort da runter. Moment, Sie sehen uns, was ich hier oben zu tun habe. Kleinen Moment mal, ja? Oh, oh. Wenn Sie nicht sofort da runterkommen, dann komme ich zu Ihnen rauf. Wenn Sie nicht sofort aufkommen, dann komme ich zu Ihnen runter. Angenehme Weiterreise. Wolle in Weißwein. Kalt. Nächste Ecke ist es. Wird doch, ich sitze halt. Ich muss hier irgendwie runter. Die Rettung. Ich hoffe, ich stimme das auch. Nur 20 Sekunden. Tach, ich bin Ihr Fensterputzer. Tschüss. Tschüss.